So wir reiten jetzt auf die Lavalands zu das sieht ziemlich geil aus es wird interessant wo bist du eigentlich oh cool du bist mir schon wieder voraus nein ich will es auch sehen Alter wie das aussieht hier ich will es auch sehen oh krass oh nice cool guck mal was hier so für Dinger sind die so die großen oh was ist das da oben? Alter hast du das gerade gesehen was da oben hergelaufen ist? oh guck mal hier ist ein Dornbaum was gibt der so? hier ist ein Ember-Golem geil geil was? oh der ist bei mir sogar orange bei mir auch oh der hat richtig was ab Hilfe heile mich heile mich oh ich laufe weg er hat mich kaum gestanden ah hau ihn K.O ich? mach ihn weg nimm ihn weg Hilfe ah das noch nüsse ne Moskito oh der Moskito hat mich ein Level abgebracht der wirft einen Stein auf mich ok komm jetzt holen wir ihn uns krass wow also vor diesem Angriff da musst du echt aufpassen krass und die laufen hier einfach so frei rum sind nicht mein Endgegner ne wie wird denn dein Endgegner aussehen? wow ich brauch Heilung ich lauf weg ich trinke nen Trank ah ist K.O verdammt krass die Chance nicht genutzt du hast den Dornbaum getötet hier gibt doch gewiss ordentlich XP oder hoffen ah ich bin wow wow ich hab ja irgendwie immer so Rockkart drin auf einmal ah er wirft Steine wow nein sterbe stirb was 19 beide gleichzeitig was 19 guck mal was ist das da oben was der hat zwei riesige Schwerter das ist das Minotaurus ach so der ist auch orange oh der ist der geht aber auch 19 gibt auch 19 müssen wir auf so nen Berg gehen und gucken was hier noch so alles rumchillt ich will mir gerade diese Dornen Trees hier mal mitnehmen ja davon habe ich auch schon Leute aber die die geben irgendwie nicht ab oder krass warte auf mich krass das sieht voll geil aus hier und ich muss ein bisschen ranzoomen ha wie es auf der Karte aussieht ey richtig gut ich muss hier hochklettern halt hier gibt es auch Lava und so ja oder keine ahnung wir sind in den Lava-Lands natürlich gibt es hier Lava hey diese Dornenbäume die schmeißen aber gar nichts ab mir ist mir auch schon aufgefallen wo bist du ach da unten ist ja auch Lava wo man reinlaufen kann ich glaub nicht ich beende erstmal wieder